Der kommunistische, abtrünnige Wladimir van Ruttentoten hat einen Atomarsprengkopf an den Ehren geklaut und hält jetzt den Präsidenten im Weißen Haus als Geisel. Unsere Mission ist es, Van Ruttentot zu eliminieren, die Bombe zu sichern und den Präsidenten retten. Wir führen den Angriff aus, wobald unser Helikopterpilot ankommt. Seid ihr Leute bereit zum Fliegen? Wer sind Sie? Ich bin ein Helikopterpilot. Nein, sind Sie nicht private und jetzt raus aus der Maschine. Jetzt bin ich hier, Sir. Ich war schneller als der andere Typ. Wow, ich weiß, wo das hinführt, Captain. Man sieht sie später, Jungs. Sergeant, kommen Sie sofort zurück. Hey, was machen Sie da? Kein Problem, ich habe das Ding gefunden. Und los geht's. Ja. Du hast Bock auf noch mehr? Wie wär's mit folgenden Playlists? Battlefield Friends Dragon Ball Z abridged Oder vielleicht meine offiziellen Partner-Fan-Dubs Oder auch meine anderen regulären Dubs unistzenous Und hier bei Japan τη